Wir haben ja zwei Leben Jetzt sieht man erstmal, wer alles so ausgeschieden ist Ja, wir kommen zu Folge 2 Wir nehmen direkt im Anschluss auf Und ja, wir werden jetzt erstmal am Anfang Das kennt ihr ja schon, mehr oder weniger jetzt erstmal die Caving-Folgen haben Sprich, wir müssen uns erstmal equippen Ist ja nichts Weltbewegendes Ja, moin Oh, ich habe eine Cave Ja, das ist hier eine Ravine Glaube ich Ne, Schlucht Ihr habt bestimmt schon mitgekriegt, jede Folge dauert 15 Minuten Das ist nichts Weltbewegend Neues Ja, mehr oder weniger Ich denke mal schon, dass sie das jetzt gerafft haben, oder? Leute, habt ihr das gerafft? Also, wir haben beide einen Safe-Inventar Wenn wir hier aufs Inventar drücken und auf 0 klicken Oder auf das O, keine Ahnung Und dann öffnet sich hier ein Safe-Inventar Hey, das ist noch Holz Das ist für uns beide Also, das ist quasi ein Inventar Was wir jetzt beide geben Ähm, place mal nochmal die Öfen, please Gold würde ich auch mitnehmen für Gaps und so Man kann theoretisch mit der Titan-Rustung glaube ich auch 20 Hertz nahmen Das ist halt auch übelst Da ist eigentlich zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert, wie viele Herzen man da insgesamt hat Ja, ich auch noch nicht, aber Ich meine, das war doch davor so, oder? Ich hab dich immer noch nicht lauter gestellt Ich glaube, ich muss dich dringend lauter machen Ähm, ich kann aber auch lauter reden Jo, da gab es gerade Wir müssen auch gleich mal ein bisschen Wir müssen gucken, dass wir auch gleich mal ein bisschen tiefer rein Ja, stell dir vor, das hat nicht funktioniert Weil, ähm Du musst wissen, eigentlich hätte ich bei dem Projekt jetzt nicht mitgemacht Wenn der cooldown da gewesen wäre Und Möglicherweise hat dann Fabo gemeint Ja, der ist weg Dann war der doch irgendwie nicht weg Und dann war er jetzt doch weg Also, keine Ahnung So richtig verstehen tut's keiner Aber Ihr seht's ja am Creeper Das Ja, wohl, das ist alles geplante Sprengmeister Leistung Ähm, für das Eisen Bei dem Eisen Ich baue noch, äh, Hose und Helm Ich bin voll Ja, kannst du mir Hose und Helm machen? Äh, ja, ich leg's dir dann in das Inventar Achso, stimmt Das macht er Ja, das vergesse ich voll Hose und Helm, richtig? Ja Ja, der Helm ist schon mal hier Oh, Leute Ja, leg rein Ähm, sollen wir Citrine jetzt auch abbauen? Ich würde nicht sagen, oder? Dann lass es liegen Wir können's machen Also, wir können's auch liegen lassen, gerne Wir müssen uns noch mehr damit beschäftigen Aber Poison ist halt so I don't know I don't know Also, Zitrinschwert werde ich mir nicht machen Wenn, machen wir uns Titanschwerter Oder Diaschwerter Ja Es wird auch bestimmt Leute geben, die Netherrushen werden Wegen der, ähm, Netherrüstung Weil die gebufft wurde Ja, die ist besser jetzt Also, die Zitrinrüstung Ja, aber Catcht halt auch nicht so krass rein Ja, ich weiß nicht Oh, ich hab ne Hexe gehört Die hört sich richtig creepy an Was? Ne Hexe? Ne Hexe, ja Zombie hat ein Eisengebrot Lid Fuck, wie blöd Ja, ich glaub, ich geh dann jetzt einfach Staircacen Damit ich jetzt einfach Dias finde Weil das jetzt hier rumzugammeln Auf höher 30er Caves Macht auch nicht so viel Sinn Ne, ich werd hier halt einfach Die Dinge besuchen Ganze Gold und so mitnehmen Ja, mach das Kannst ruhig kratzen Mach mir noch ne Eisenhose, please, rein Ja, ja Hast du gebratenes Food? Äh, nur noch drei Okay, passt Hier lauf ich nicht auf Also, Strip Mine ist erlaubt Für alle Leute, die jetzt eventuell denken, dass es Badline ist Oh, hier geht's hier runter Ich kann dir grad keine Hose nicht reintun, Basti Ja, Digga Wer braucht schon Hosen Halt Caven wär jetzt schon irgendwie sinnvoller Ja, so ne Also, was heißt Caven wär sinnvoller Aber ihr wisst, was ich meine In der Cave rumlaufen als Trip Mine Hier ist halt übertrieben viel Gold in der Höhle, hab ich das Gefühl Auf welcher Höhe bist du denn? Ich bin gerade auf Höhe 20, 19 Ja, vielleicht machst du die Cave Star, dann strippen wir ja nicht halt Ja, ich bin aber halt komplett woanders jetzt gerade Ja, das ist jetzt nicht so schlimm Ist enchanten wie in 1,8, ja, ne, mit Lapis und so Oh, ich Müssen wir mal testen Solche Lava Das ist so gut Ausgehen Normal, ja Aber denke schon, ja Er sollte, ok Uff Uh, Gold Mega Lins Er ist echt total wie Gold Ich glaube, dass du mir nachher die Koordinaten sagen musst, weil die Höhle echt riesengroß ist Ja Da werden wir Lüchtern vorbeikommen Alles cool Feuer macht zu Ich dachte die Frage, wie wir auch in Nether rushen sollen Die was? Wegen Nether rushen Eventuell Ja, wir könnten auch ohne Dias schon in Nether gehen Wir könnten uns ein Portal gießen Oh, ich hab Dias Oh, mega sick Lit Aber man muss auch auf jeden Fall nur leider zwei Stück Das Problem ist, man braucht halt richtig viele Dias, wenn man irgendwas mit Titan machen möchte Ja, nice Schön Da wären wir beim Thema Ich hab vier Ich hab DOS Willst, ähm Ja, willst du mir gönnen? Ich hab Bücher Dann kann ich den Dann mach ich den Enchantments jetzt Jetzt schon? Ja, warum nicht? Umso früher Das ist so besser Ey, ey Kannst du den Safer mit herlegen? Ich vergesse es Ja, deswegen, ja Das Ding Kannst du mir dann auch direkt meine Hose machen? Kann ich dir leider nicht machen Ich denke, du hast Dias Dias und drei Eisen geben Wow, danke Wohl die drei Kannst du mir die drei Eisen wiedergeben? Was ist dein Ernst? Ja Weil meine Spielzeit geredet Wahrscheinlich dann Irgendwann wird Kannst froh sein, dass ich so ein Gönner bin, ne? Jungen, mein Inventar, Leute Please don't flame me too much, aber Übrigens der Ordnung Ja, das ist halt Also bei so Dings Hast du nur Kohle? Äh, Kohle? Nein Ich kann so warm bauen Ich steh grad neben Kohle Bauer schnell bisschen Kohle ab und du legst dir in den Inventar Jo, wär mega nice Ja Das Eisen Das ist mit dem Inventar ist echt mega cool Praktisch Ich würd's einfach praktisch nennen Einfach praktisch Äh, so Ja, finden wir noch ein paar Was? Finden wir noch ein paar mehr Dias Keys Wie laut das ist Ja, ey, Junge Mann Der Redzone ist hier auch Noch mehr Gold Ey, also Leute Ich entschuldige mich, ja Normalerweise mag ich jetzt ein Uncut-Folgen jetzt nicht Aber ihr wisst, dass ich halt dazu gezwungen bin Ich hoffe, dass das Entertainment Gefühlt trotzdem noch auf hochwertigem Level ist Ich meine Wir versuchen so schnell wie möglich hier fertig zu sein mit dem Caven Und Ja, keine Ahnung Gönnt einfach Gönnt einfach Wir dürfen halt nicht mit For Iron Dann gegen irgendwelche Es kann bestimmt sein, dass Leute hier bestimmt noch richtig lange farmen Und Ihr wisst, wie das abläuft Ihr seid ja nicht zum ersten Mal hier So So Ich kann hier den Inchanter craften 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 Ich bin wieder hier Ich kenn mich halt schon wieder absolutlich aus Aber ist dir egal Ich hab dir jetzt gefühlt Natürlich ist wirklich Lid Ist dann mal Mega nice Es sind auch mega viele Emeralds Falls wir mal einen Drop finden sollten, Ben Hast du grad Benst du mir gesagt? Oh Gott! Oh, ähm Ich hab ein Fire Aspect Wirklich Benst du dir gesagt? Weißt du, wieso ich das gesagt habe? Weil ich letzte Staffel Mit Ben auch so viele Emeralds hatte, glaube ich Nur deswegen hast du gesagt? Kannst du mal kurz den Ja Den, äh Den, den, den Den Amboss gönnen? Gönnen Gönnen Äh, Fabo, bei mir sind welche Bei mir sind welche? Spieltausch? Ja, nur, nur ein Joke In der Höhle, oder? Nur ein Joke Ich bin da, soll ich probieren zu dir zu kommen Ja Ich bin halt mega weit weg Wer, wer, wer? Sander Ich kann die Koordinate nicht aufmachen, wenn ich sneak Warte, ich muss mich kurz konzentrieren auf Sounds Ich hab ein Fire Aspect Ja Ja Die haben meinen Enchanter Wenn Schau mal ganz kurz Seid mal ruhig Mit wem Team Zander? Das ist ein Team mit Weiß-Weiß, okay Mit wem Team Zander? Das ist ein Team mit Weiß-Weiß, okay Ja Aber, was, sind wir noch bei dir? Oder, haben die irgendwas von dir? Ja, ja Geben Gebt mir irgendwie Eisenrüstung Gebt mir einfach Full Iron Gebt mir Full Iron und ein Schwert, please Mach schnell rein, mach schnell rein Ihr Kilch Weiß-Weiß, bitte Ja, der ist gesaved Der ist gesaved Der ist gesaved Wie lange, wie lange ist man gesaved? Eine Minute, zwei Minuten Der wird das Der wird die Folge beenden Ich nehm mir meinen Staffel Das ist ständig in der Höhe Zander kann nicht so schnell looten Ich weiß, wo ich ungefähr war Gib mir trotzdem Staff, please Mann, fuck Ich konnte dann nur einen mitnehmen War eh gut Ja, was denn? Ich hatte halt Oh, fuck Ja, hier, ich geb ihm jetzt Staffel Weil ich muss halt Es sind mega aufpassen hier Ja, die sind ja beide weg Warte, wie? Beide weg? Ja, die sind beide raus Hä? Hä? Hä, warte Sag mir mal bitte deine Cords Sag mir mal deine genauen Cords, please Ähm Und Essen brauch ich, Essen 187 187? Ja Und 100, find ich Ich hab kein Essen mehr 100, 100 Bruh, wo bist du gelaufen? Ich brauch unbedingt Essen Kein Essen Ich brauch Essen Ich hab nur Rock'n'Flesh, Mann Als wenn du kein Essen hast Ich sterbe sonst Ich hab wirklich kein Essen Ja, werf mir irgendwas rein Du musst irgendwas organisieren Ja, hier Mehr hab ich wirklich nicht Ich probier jetzt wieder, dass ich zurückkomme Mann, dass man keine Koordinaten öffnen kann Während man sneakt Ist so nervig Stand ist nicht rein Könnte ich theoretisch jetzt Weißweiß killen Hier Hier? Ja, du siehst ja selber unten, wie lange du Zeit hast zum Spawn Nee, sie weißweiß auf jeden Fall Ich hab halt keinen Plan, wo ich bin Hier, hier war ich vorhin Oh, man Oh, man Oh, man Okay, hier muss es richtig sein, ungefähr Hier muss es richtig sein, ungefähr Ich bin jetzt einfach hier raus, ist ja egal Ich brauch Fleisch, Dicke Ich hab halt überhaupt nichts Und ich hab auch keine Ahnung, wo ich bin Soll ich zu dir laufen, oder soll ich Weißweiß klatschen? Hast du mein Staff? Ja, ich hab vor allem Ja, ich weiß nicht Ich bin halt jetzt grad überhaupt nicht zurück Oh, hier oben ist Du musst halt irgendwie in meine Schlucht kommen, weil du weißt, dass da auch Zander ist, ne? Zander hat jetzt einen Enchanter Mhm Oh, man Ja, ich lauf halt nicht Sag mir nochmal deine Quarts, please, deine genauen Und hast du nochmal was Essbares? Oder 86, 70 Nein, hab ich nicht Ja, dann stirbst du doch selber Ja, ich weiß Na, ich fang mal jetzt auch Brinnt aber halt auch schon nicht mehr Ich muss da lang hin, wo der scheiß Creeper ist Wo ist das Chicken gewesen? Genau, gleich jetzt Ah fuck, das hätte ich niemals erwartet, dass die uns da Aber ich werd in einer mit... Oh, nein Ja, was ist das für ein Ende halt, ja Leute, es tut uns leid, aber wir gucken, was wir machen können Ich muss mir jetzt dann anschauen, wo ich lang gelaufen bin Boah, jetzt hab ich den Creeper hierhin gelockt Mach mal bitte F3, dass du genau mir die Koordinaten lästern kannst, dass ich planen kann, wo ich langlaufen muss Ja Gut Leute, das war's dann mit der Episode Boah Wir hoffen trotzdem, dass sie euch mehr oder weniger gefallen hat Ich konnte leider nur einen mitnehmen Aber wir kommen back Wir kommen back Glaubt mir, wir kommen back Ja Wenn's euch gefallen, dann lasst den Link da Ciao 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 Ciao